Stefan Pisti Kovac war ein rumänischer Fußballspieler und Trainer. Er war in den 1970er Jahren erfolgreicher Trainer bei Ajax Amsterdam und betreute die Nationalmannschaften von Frankreich und Rumänien. Leben und Spielerkarriere Stefan Kovac wurde als zweiter Sohn eines ungarischen Vaters und einer Rumänin in Temeshoara geboren. Kovac spielte in der Jugend bei ca. Temeshoara, CAO Radia, CFR Satumare und Olympia Satumare. Im Jahr 1938 nahm er ein Angebot aus Belgien an und war fortan für den ROC Charleroi tätig, wo 1939 mit dem dritten Platz in der belgischen Meisterschaft das beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte gelang. 1941 kehrte der sowohl als Stürmer als auch als Außenläufer einsetzbare Spieler nach Rumänien zurück und spielte für kurze Zeit bei Repensia Temeshoara. Anschließend wechselte er zu CFR Tunisevarin, dem Neuaufsteiger, in die Divizia A. Doch wurde die Saison 1941-42 aufgrund des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs nicht ausgetragen. Kovac schloss sich noch 1942 dem Kolossvari A.C. an. Da das nördliche Siebenbürgen durch den zweiten Wiener Schiedsspruch Ungarn zugefallen war, spielte die Mannschaft aus Klausenburg in der ungarischen Liga und erreichte 1944 sogar den dritten Platz. Nach der Rückgabe des Landstrichs an Rumänien wurde der Verein aufgelöst und Kovac wechselte 1945 zu dem neu gegründeten Feraklui, bei dem auch sein älterer Bruder Nicola spielte. 1947 schloss sich der Verein dem CFR Kluian für den Kovac eine Saison spielte, ehe er zum Lokalrivalen CSU Klui wechselte. Mit dem neuen Verein erreichte er 1949 die K-Sekunden-Rumänische Cup-Finale, das allerdings gegen CSCA Bukarest mit 1 zu 2 verloren ging. Am Ende der Saison 1948-49 still musste CSU in die Divizia B. absteigen und seinen Namen in Stienta Klui ändern. Der Verein schaffte jedoch umgehend den Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse und Kovac blieb ihm bis zu seinem Karriereende 1953 treu. Kovac bestritt insgesamt 111 Spiele in der Divizia A., in denen er zwölf Tore erzielte. Trainerkarriere Ab 1949 übernahm Kovac auch Traineraufgaben, zunächst für eine kurze Zeit im Jugendbereich von CFR Klui. Bei Stienta Klui war er 1952 eine Saison als Spielertrainer tätig. Danach wurde er hauptberuflicher Trainer der Mannschaft und betreute diese bis 1959, als er erneut zu CFR Klui wechselte. 1960 fusionierte der Verein mit Rapid Klui zu CSM Klui, dessen Trainer Kovac bis 1962 blieb. Im Jahr 1962 nahm er einen Posten beim Rumänischen Verband an, wo er in den folgenden Jahren unter anderem für die Juniorenauswahl und die B-Nationalmannschaft verantwortlich war. Im Frühjahr 1965 wurde er Co-Trainer von Iljoana bei der rumänischen Nationalmannschaft. Das Gespann musste seine Arbeit nach der 1 zu 7 Niederlage am 24. Mai 1967 gegen die Schweiz im Rahmen der Qualifikation zur EM 1968 jedoch aufgeben. Unmittelbar danach erhielt Kovac ein Angebot von Stoa Bukarest und konnte schon in der ersten Saison 1967 68. den rumänischen Meistertitel holen. Diesem folgten in den nächsten Jahren drei rumänische Cup-Siege. In den europäischen Wettbewerben waren die Bukarester jedoch weniger erfolgreich und schieden jeweils spätestens in der zweiten Runde aus. 1971 verließ der Erfolgstrainer Rhinus Mischel seinen langjährigen Verein Ajax Amsterdam, wo er eine Mannschaft aufgebaut hatte, die eine Reihe von Titeln geholt hatte und mit ihrem totalen Fußball begeisterte. Die Wahl des Nachfolgers durch die Klubverantwortlichen fiel überraschenderweise auf den vergleichsweise wenig bekannten Rumänien. Im Sommer 1971 übernahm Kovac eine Mannschaft, die mit Stars wie Johann Kreuf, Johann Neskens, Gary Möhren oder Pete Kaiser gespickt war und führte das Konzept von Mischels fort. Dabei unterschied sich sein Führungsstil jedoch wesentlich von jenem seines autoritären Vorgängers, indem er den Spielern weit mehr Freiraum gewährte. Dies führte dazu, dass Ajax unter seiner Führung seinen Spielstil noch mehr auf die individuelle Klasse der Spieler anpasste und in zwei Jahren nicht weniger als sieben Titel holte, darunter zweimal den Europacup der Landesmeister, wo man im Finale 1972 Inter Mailand mit 2 zu 0 besiegte und im Finale 1973 gegen Juventus Turin mit 1 zu 0 gewann. Gleichzeitig führte dieser Rückgang an Disziplin aber auch dazu, dass die Mannschaft schließlich auseinanderbrach. Möhren beschrieb Kovac in einem Interview mit folgenden Worten Er war ein sehr guter Trainer, aber zu nett. Rhinus Mischels war professioneller, er war für absolute Disziplin, sehr streng, alle auf derselben Ebene. Zu Beginn im ersten Jahr spielten wir unter Kovac sogar besser, da wir gute Spieler waren und nun die Freiheit hatten. Unsere Fantasien auf dem Feld umzusetzen, aber danach war die Disziplin verloren und es war vorbei. Nach zwei Jahren verließ Kovac die Niederländer und nahm eine Einladung des französischen Fußballverbandes an, die Nationalmannschaft zu betreuen. Die Equipe Tricolore hatte sich nicht für die Weltmeisterschaft 1974 qualifizieren können und stellte zu dieser Zeit nur europäisches Mittelmaß dar. Die folgende Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft 1976 wurde für die Franzosen gleichermaßen zu einem Fiasko. In einer Gruppe mit Belgien, der DDR und Island reichte es nur zu einem einzigen Sieg und dem dritten Gruppenplatz. Kovac konnte die Mannschaft kurzfristig nicht weiterbringen und sparte auch nicht mit Kritik am Umfeld bzw. am französischen Fußball im Allgemeinen. So bemängelte er die Einstellung mancher Spieler zur Nationalmannschaft, deren fehlende Bereitschaft, ins Ausland zu gehen sowie den Spielstil vieler Vereinsmannschaften. Mit Ende des Jahres 1975 beendete er seine Tätigkeit nach nur sechs Siegen in 15 Spielen und fasste zusammen. Ich brachte die Spieler in Verlegenheit. Am Schluss bereitete ich ihnen Unbehagen, sie wollten einen Experten für Fußball. Bitte, sagte ich, ich bin einer. Ich sagte ihnen die Wahrheit. Sie hätten ein Wunder lieber gehabt, aber das war leider nicht möglich. Ein bemerkenswertes Volk die Franzosen, aber im Fußball hat es gewisse Vorzüge, nicht ganz so außergewöhnlich zu sein. Anführungszeichen Wenn man von Jose Aribas, der im Jugendalter nach Frankreich kam, absieht, ist Kovac bis heute der einzige Ausländer, der die Franzosen trainierte. Danach kehrte er nach Rumänien zurück, wo er ab 1976 die Nationalmannschaft übernahm und Vizepräsident des Fußballverbandes wurde. Während seiner Zeit als verantwortlicher Trainer bis August 1979 und nochmals kurzfristig im Januar 1980 sowie im Oktober 1981 konnte sich die Mannschaft weder für die Weltmeisterschaft 1978 noch für die Europameisterschaft 1980 oder die Weltmeisterschaft 1982 qualifizieren. Der einzige zählbare Erfolg während seiner Amtszeit war der Gewinn des Balkan-Cups 1980. Anschließend blieb er als Funktionär im rumänischen Verband tätig. 1981 übernahm er den Trainerposten bei Panathinaikos Athen und konnte mit der Mannschaft den griechischen Cup gewinnen. Seine letzte Trainerstation war die Asmanako, die er in 1986 87 auf den fünften Tabellenplatz führte, ehe er von Asine Wenger abgelöst wurde. Erfolge Spieler Spieler Rumänischer Pokalfinalist 1949 Trainer Rumänischer Meister 1968 Rumänischer Pokalsieger 1969 1970 1971 Niederländischer Meister 1972 1973 Niederländischer Pokalsieger 1972 Europapokal Der Landesmeister 1972 1973 Europäisches U-Pack-Up 1972 Weltpokal 1972 Griechischer Pokalsieger 1982 Sonstiges Kovac hat ein 1975-DK-Sekunden-Buch Fortball-Total veröffentlicht, das ein großer Erfolg wurde. Er ist der jüngere Bruder von Nikolaj Kovac.